Hier möchten wir Ihnen in einer neuen Form mit einem Videomitschnitt ein einfaches, schnelles Spiel für die einfachen Chancen vorstellen. Das Ziel ist natürlich, auf die Schnelle Gewinn zu machen. Dies versuchen wir mit folgenden Regeln. Wie Sie im Video sehen können, handelt es sich um die einfache Chance, schwarz oder rot. Sollte dreimal eine Chance alleine stehen, spielen wir weiter, bis diese durch eine Serie abbricht, dann wieder auf Serie gehen. Gesetzt wird, bis Sie gewinnen. Anfangs mit einem geringen Einsatz und danach wird nach einem Treffer jeweils der Einsatz um 50 Prozent gesteigert. Verlust durch die 27. Jetzt Satz auf rot mit 50 Euro. Achtundzwanzig, schwarz, pair. Ihre Einsätze bitte. Siebenundzwanzig, rot, impair. Ihre Einsätze bitte. Gewinn mit der 32 und jetzt Satz mit 75 Euro auf rot. Verlust durch die 29. Jetzt wieder Satz mit 50 Euro auf schwarz. 17, schwarz, impair. Ihre Einsätze bitte. Gewinn durch die 17 und nun Einsatz mit 75 Euro auf schwarz. 13, schwarz, impair. Ihre Einsätze bitte. Gewinn durch die 13 und wiederum Satz auf schwarz. Nun mit 100 Euro. 33, schwarz, impair. Gewinn durch die 33 und Angriffsende, da ein Gesamtgewinn von 50 Euro realisiert wurde. Dieses Spiel kann selbstverständlich mit einem Einsatz, der Ihnen vorschwebt, durchgezogen werden. Vernünftigerweise sollte man sich auch ein Limit setzen. 24, schwarz, inexpensive. 29, schwarz,lets, clocks. 30, schwarz, fences, thermozuweisen. 30, schwarz,ubsาร. 31, schwarz, limp.